Mein Name ist Sarah Benzen, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Ernährungsberaterin und Trainerin für Selbstliebe und Körperakzeptanz. Dicke Ernährungsberater, das ist so ein bisschen wie blinde Fahrlehrer. Wir gucken mal rein in die neue Folge an Bubble zum Thema Body Positivity. Let's go! Selbstoptimierung gilt für mich in allen Bereichen im Leben. Das heißt nicht nur mein Gesundheit und mein Geist, sondern auch natürlich mein Aussehen. Und gerade weil ich in der ästhetischen Medizin arbeite, ist das Aussehen sehr, sehr wichtig. Ich seh wirklich verdammt gut aus. Ich möchte Frauen dazu verhelfen, ihren Körper wieder annehmen, akzeptieren zu können und sich selbst lieben zu können, sich schön zu finden, so wie sie sind. Nee, schon akzeptieren, was ist und dann, wenn du stark übergewichtig bist, wo ich sie doch einkategorisieren würde, dann gerne abnehmen, weil es ungesund ist und unbequem, weniger sportlich, schränkt dich ein und so weiter und so fort. Jenseits der Schönheitsideale. Ja, es gibt auch ungesunde Schönheitsideale, dass jetzt alles perfekt sein muss. Da kann man sich reinsteigern. Das kann dann auch zu Extremen führen, die ungesund sind. Aber trotzdem ist ja nicht das Problem, dass wir jetzt alle den Schönheitsidealen so stark nachgeifern und alle zu schlank sind und zu diszipliniert sind. Sondern das Problem weltweit ist eher, dass wir alle zu fett sind. Fett, hässlich. Vorstehende Zähne. Dürre Stelzen. Wir saufende Schweine. Was würdest du in der Erziehung anders machen als deine Eltern? Ich würde meinen Kindern mehr bedingungslos zeigen, dass ich sie liebe. Auch gar nicht so sehr Erfolge irgendwie so hervorheben, sondern mehr zeigen, hey, du bist gut so, wie du bist. Egal, wie du aussiehst. Egal, was du machst. Was, was du erreichst. Ist mir scheißegal. Ja, teils, teils. Das Leistungsprinzip ist schon okay, dass wir hier eine vernünftige Gesellschaft irgendwann mal wieder werden mit vernünftigen Leuten, die auch was geschafft kriegen und produktiv sind. Und ein Kind braucht auch Realität. Das heißt, du kannst nicht immer sagen, das war jetzt alles super hier, auch wenn es total scheiße gebaut hat, natürlich. Sondern du musst das Kind schon realistisch auf die Realität vorbereiten, dass es gute und schlechte Aktionen gibt und Produktivität, mangelnde Produktivität und so weiter. Das kann aber nicht, wo ich ihr zustimmen würde, aus der psychologischen Sicht, auch das kann nicht so weit ausarten, dass das Kind dann nur noch für Leistung gelobt wird. Und sobald es mal ein bisschen was Schlechtes macht, dass das dann bestraft wird und dass das Kind dann so ein Leistungsprogramm auf die Schulter bekommt. Und ich muss immer leisten, sonst werde ich nicht geliebt. Aber wie gesagt, trotzdem braucht das Kind eine gesunde Dosis Realität, wann etwas gut ist, wann etwas schlecht ist, um es auf das Leben und auch das Arbeitsleben vorzubereiten. Ich weiß selbst, wie es ist, wenn man sein Leben nach Selbstoptimierung ausrichtet. Ich habe im Alter von 13 Jahren meine erste Diät begonnen. Ich habe eigentlich schon dem Schönheitsideal entsprochen und bin dann in den Teufelskreis gekommen aus Abnehmen, Sporteln, Diäten. Diäten funktionieren sowieso nicht. Du brauchst einen normalen Lifestyle, der dich halbwegs schlank hält. Du kannst auch ein paar Kilo zu viel haben. Ja, aber wenn du natürlich so übergewichtig bist wie sie, auf Deutsch dick, und dann noch Ernährungsberaterin, das ist schon wild. Du willst ja vielleicht auch, dass dein Tennistrainer auch schon mal irgendwo einen Ball getroffen hat und ein bisschen Ahnung vom Tennis hat und das selbst halbwegs auf die Kette kriegt. Muss das jetzt der beste Spieler der Welt sein, um dich gut trainieren zu können? Nein, aber muss er halbwegs den Ball irgendwann mal getroffen haben, vielleicht schon mal in ähnlichen Situationen gewesen sein wie du? Das könnte schon helfen. Ich bin Ärztin für ästhetische Medizin. Ich möchte meinen Körper mit der Selbstoptimierung einfach verbessern. Ich kontrolliere, wie mein Herzfrequenz ist, wie viele Schritte ich am Tag gelaufen bin, ich trecke immer meinen Schlaf, ich trecke auch das, was ich esse. Ja, kann man auch alles übertreiben, wenn es dann mit einer ungesunden Rübe kombiniert wird, aber generell ist es ja sinnvoll, sich gesund zu ernähren, vernünftig zu schlafen und so weiter. Bei Diäten habe ich eine Erkrankung an der Schilddrüse bekommen, am Darm bekommen. Damals ging es so weit, dass ich ins Burnout geraten bin und wie ich auch rückwirkend weiß, war es damals eine Essstörung. Ja, da ist dann mehr dahinter natürlich noch. Trotzdem ist das ja sinnvoll für die allgemeine Bevölkerung, für die breite Masse im wahrsten Sinne des Wortes, die nämlich wesentlich zu breit ist im Schnitt. Wir sterben jetzt nicht an Gesundheit, sondern an Übergewicht. Einfach besser auf den eigenen Shit zu achten natürlich. Gerade ein schlanker Körper ist schon ein Stück weit ein Statussymbol in unserer Gesellschaft. Ja, weil es schwieriger ist, als dick zu sein. Für ihre Körperfülle ist jetzt keine Leistung erforderlich, sondern das kann jeder sozusagen. Aber vernünftig schlank zu sein, da gehört ein bisschen Disziplin, ein bisschen Wille, ein bisschen Entbehrung, manchmal dazu ein bisschen Sport vielleicht auch. Das ist schon die bessere Leistung und deshalb ist das auch erstrebenswerter, als einfach 50 Kilo zu viel zu haben. Die Diskriminierung und die Stigmatisierung von mehrgewichtigen Menschen ist die am meisten tolerierteste Diskriminierungsform in unserer Gesellschaft. Ja, will ich jetzt nicht sagen, dass ich das super finde, wenn dicke Leute diskriminiert werden, mehrgewichtig. Natürlich, die sind nicht dick oder sowas, die sind mehrgewichtig. Dieser Quatsch, immer dieser Quatsch, Euphemismus, um das Problem zu kaschieren und nicht wahrhaben zu wollen. Trotzdem stimmt dieses Vorurteil zum gewissen Punkt, denn wenn du jemanden siehst, der 50 Kilo Übergewicht hast, da wirst du wahrscheinlich zu Recht drauf schließen können, dass der jetzt nicht der Wahnsinns Sportler ist und wahnsinnig diszipliniert ist, außer in den 0, irgendwas Prozent Fällen, keine Ahnung, wie viel Prozent es wirklich gibt, wo derjenige einfach eine Krankheit hat, wo es eine Ausnahme ist, wo man einfach nicht sagen kann, hier, du bist ein bisschen faul gewesen und hast ein bisschen viel gegessen und deshalb bist du dick. Aber in den allermeisten Fällen, wenn jemand dick ist, liegt es daran, dass er mehr Kalorien reingehauen hat, als er verbrannt hat, aufgrund Ernährungsweise, Lebensweise, Sport, ja oder nein. Das ist nicht wahr, niemand! Ich arbeite mit den Frauen hauptsächlich auch eben an der intuitiven Ernährung. Intuitive Ernährung ist auch so ein Buzzword meines Erachtens. Im Endeffekt zählt Calories in, Calories out. Hast du jetzt Defizit oder Überschuss, das würde ich den Leuten eher empfehlen, außer du bist dann zu obsessiv, machst dich dann zu bekloppt und so weiter. Dann hast du aber eher ein Problem mit dem Kopf, was sowieso oft damit einhergeht, wenn du viel zu dick bist, natürlich, aber intuitive Ernährung, ja, der Teilaspekt, dass man halt auch mal auf den Körper hören soll, wann bin ich denn wirklich satt und nicht einfach reinschaufeln ohne Ende. Diesen Teilaspekt finde ich daran gut. Ansonsten ist das natürlich wild, jemanden, der einfach, ja, überhaupt keinen Plan von irgendwas hat, einfach sagen, ja, ist doch einfach mal intuitiv. Ja, ganz so plakativ vereinfacht kann man es nicht darstellen. Ja, bin aber trotzdem insgesamt kein großer Fan von intuitiver Ernährung, denn unterm Strich ist es einfach Physik und Wissen. Bei den meisten Leuten, ja, mangels am Wissen, was sie überhaupt einkaufen müssen und wie das überhaupt funktioniert, was hier Kalorien sind, wie viel Kalorien ist in irgendwas drin. Deshalb empfehle ich eher einfach mal eiskalte Kalorien tracken und sich dann nicht bekloppt machen. Ja, dauert fünf Minuten am Tag, seine Kalorien zu tracken, wenn man ein bisschen drin ist. Und gerade am Anfang musst du auch nicht alles perfekt machen beim Kalorien tracken und musst auch noch nicht groß abnehmen und so weiter und so fort. Aber einfach mal ein paar Wochen deine Kalorien tracken, um so einen Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu bekommen. Ja, wie viel esse ich denn überhaupt am Tag? Weil, ja, die meisten Leute unterschätzen das drastisch, was sie am Tag zu sich nehmen. Ja, ich esse doch so wenig, hört man immer. Und die Leute sind aber natürlich trotzdem dick. Woran wird es denn liegen? Wahrscheinlich an der Schilddrüse wird dann immer gequatscht. Ja, ja, ich spreche ich keinmal alle. Nein, wahrscheinlich liegt es in den meisten Fällen am Essverhalten und an der mangelnden Ahnung, was wo drinsteckt oder wie viel wo drinsteckt. Ich denke, du bist auch nicht proaktiv für Übergewicht, gehe ich davon aus. Ja, also, ja, genau. Also ich bin selbst mehrgewichtig. Mehrgewichtig? Gehe raus und sag, hey, kümmert euch gut um euch, liebt euch selbst, das heißt, es ist euch wert. Ja, liebt euch selbst, aber deshalb musst du dich ja natürlich nicht überfressen. Aber nicht mit dem Fokus, du musst abnehmen, um gesund zu sein. Du musst nicht abnehmen. Doch, Übergewicht ist ungesund, natürlich nicht ein paar Kilo. Aber du musst auf deine Gesundheit achten. Das heißt, gehst du davon aus, dass jeder Mensch der Gesellschaft Gesundheit schuldet? Er schuldet die Gesundheit sich selbst. Ja, und es ist ja auch so ein Krankenkassen-Thema. Je mehr Leute ungesund sind, wenn alle Leute fit und schlank und gesund werden, dann wird der ganze Spaß natürlich fast nichts kosten. Diese scheißverdammten Krankenkassen-Wichser-Schweine. Gesundheit ist unsere eigene Verantwortung. Unser Aussehen ist unsere eigene Verantwortung. Unser Körper ist unsere eigene Verantwortung. Und das muss man relativ früh im Leben verstehen, um Probleme zu meiden in der Zukunft. Generell ist das schon sinnvoll, was sie sagt. Eigenverantwortung hochzuhalten. Ich nehme seine eigene Verantwortung. Aber ich glaube, ich habe mit dem Streben nach dem Schönheitsideal ein Stück meine Gesundheit kaputt gemacht und geschadet. Und ja, es ging so weit. Ich habe auch meinen Schlaf getrackt. Essen, Trinken, Sport, Kalorien. Und mich hat das an so einen Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen. Wenn ich so... Ja, dann hast du es halt übertrieben oder falsch gemacht. Ja, die breite Masse hat jetzt auch gar keine Ahnung von irgendwas. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, ja, ich habe das so ein halbes Jahr lang gemacht, hier getrackt. Dann hast du vielleicht übertrieben, hast dich völlig bekloppt gemacht. Und deshalb ist es jetzt schlecht, Kalorien zu tracken oder halt den Schlaf zu tracken oder gesund sich zu ernähren und so weiter. Bis zum Ende meines Lebens weitermach, dann, ja, dann habe ich nichts erlebt. Und habe... Du sollst auch, wie gesagt, keine Diäten machen. Diäten funktionieren nicht. Du musst einen funktionierenden Lifestyle entwickeln. Bisschen Sport, bisschen sinnvoll haushalten mit den Kalorien, dann läuft das schon. Außer du hast halt irgendwie eine ganz wilde Krankheit. Ja, dann mag das nochmal anders sein. Du musst nicht jemand anderen ändern oder perfekt sein, sondern Sachen in sich selber optimieren. Wir brauchen ein Ziel. Ja, wir brauchen Ziele im Leben. Aber? Aber abnehmen sollte nicht das Lebensziel sein. Und das... Nee, einfach schlank bleiben und nicht zu dick werden, sollte das Lebensziel sein. Du hast auch Probleme, wenn du einmal so dick bist, dann ist das auch schwieriger mit dem Abnehmen. Deshalb muss ja das Ziel sein, erst gar nicht so dick zu werden. Ja, dass die Eltern vielleicht ein bisschen Ahnung von Ernährung haben, dass das Kind nicht dick wird. Und dann so diese Story auch aufbaut, ja, ich bin dick. Ich bin ein dicker Mensch. Für mich ist das alles schwierig und so weiter und so fort. Und die Fettzellen, die sich einmal bilden, die bilden sich dann auch nicht so schön wieder zurück, wie man das gerne hätte. Also das ist ja das Problem. Wenn die Leute einmal richtig dick sind, dann bildet sich schnell diese Story aus und auch die bleibenden Fettzellen aus. Das sind die Frauen, mit denen ich arbeite, weil Abnehmen irgendwie immer so ein Lebensziel. Oh, wenn ich die Kilozahl erreiche, dann bin ich glücklich. Wenn ich... Das funktioniert aber durchaus. Da braucht man nur die Kommentare lesen unter diesem absoluten Autounfall von Unbubble mit Kollege Doc Felix. Dass da wie viele natürlich drunter geschrieben haben. Doch, ich habe 40 Kilo abgenommen. Beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Also natürlich, wenn du jetzt 8 Kilo abnimmst, dann ist das jetzt nicht der absolute Wahnsinn wahrscheinlich. Aber wenn du 50 Kilo abnimmst, vorher völlig aus dem Quark warst, total dick warst und jetzt ganz normal schlank bist. Ganz normal schlank. Ab in die Hölle mit mir. Prügel in Sektorio für diese Unverchämtheit. Au! Dann ist es natürlich ein lebensveränderndes, positives Ding. Natürlich bist du dann auch nicht vollständiger und so weiter. Ja, du bist nicht dein Körper, sondern du hast nur einen Körper. Empfehle ich immer. Aber steck dir auch drin, du hast einen Körper, also behandle ihn vernünftig und stopf nicht mehr rein, als er vertragen kann. Um gesund zu bleiben und fit zu bleiben vor allem. Die meisten Leute, die in der Jugend schon dick waren und nie richtig dünn waren, die können sich das ja gar nicht vorstellen, wie viel beweglicher du bist und wie viel mehr Lebensqualität du auf einmal hast, wenn du das erste Mal schlank wärst. Und da wird sich natürlich schnell eingeredet, Body Positivity, das ist was absolut Geniales und was Geiles. Eigentlich war das ja eher dazu da, bei Leuten, die nichts an sich ändern können, wenn du jetzt kleinwüchsig bist oder irgendeine Behinderung hast und was weiß ich was, dass du dann Body Positivity nutzt, um zu sagen, ich kann das sowieso nicht ändern, also muss ich mich so akzeptieren, wie ich bin. Dafür ist Body Positivity ja durchaus sinnvoll. Aber nicht bei Sachen, die du ziemlich einfach ändern kannst, wenn du ein bisschen mehr Ahnung und keine Krankheit hättest. Die Kilozahl erreiche, dann gehe ich an den See schwimmen. Also ein schlanker Körper ist ein Stück weit ein Statussymbol in unserer Gesellschaft. Zurecht auch, weil ja Anstrengung, Disziplin, Können, Wissen und so weiter dahinter steckt. Und mehrgewichtige Menschen und ich nutze absichtlich auch immer das Wort Mehrgewicht, weil für mich gibt es kein... Damit nicht... Achtung, für Sie gibt es kein... Kein Drüber. Und das ist auf der einen Seite... Für Sie gibt es kein Drüber. Es ist niemals genug. Da würde ich mich doch auch gerne mal beraten lassen. Dann sagt die mir nämlich nicht hier. Müsstest vielleicht deine Ernährungsgewohnheiten ein bisschen umstellen. Du haust wesentlich mehr Kalorien rein, als du verbrennst. Lassen wir jetzt mal weg. Sondern sag einfach, du bist gut so wie du bist und fertig. Dann brauchst du nichts ändern. Und irgendwann hast du dann aber die Fettzellen an der Backe, wenn du noch ein, zwei Jahre weitermachst. Und das Problem ist ja auch, je älter die Leute werden, desto schwieriger wird das abzunehmen. Ja, gibt es ganz klare Grafiken, dass du immer dicker wirst im Alter. Deshalb ist es auch angeraten, ab einem gewissen Alter zuzusehen, dass du auf einem ganz guten Gewicht bist, damit das im Alter nicht völlig Ausruf hat. Nein, ich bin ein Übergewichtiger beim mittleren Alter. Menschen, die per BMI drüberfallen, gehen zum Arzt. Und bekommen die Diagnose Adipositas. Bekommen Stempel Adipositas. Also ich war wegen einer Mandelentzündung bei einer HNO-Ärztin und habe gesagt, bekommen, hey, achten Sie auf Ihre Ernährung. Skandal! Das ist ja nun absolut ein absoluter Skandal von dieser Ärztin. Ja, natürlich, wenn jemand mit heftigem Übergewicht zu dir kommt, egal weswegen, dann hast du als Arzt meines Erachtens natürlich die Sorgfaltspflicht, dann zu sagen, hier, Sie wiegen 30, 40, 50, 60 Kilo zu viel. Bitte mal abnehmen. Achten Sie auf Ihre Ernährung. Das wird sonst gegebenenfalls nicht gut ausgehen. Ja, aber du nimmst ja mehr Kalorien zu, als du verbrennst, sonst wärst du nicht dick. Also es muss ja irgendeine Form von Realität auch noch erlaubt sein. Und ich achte auf mich. Wenn du mehr diesem Ideal entsprichst, was ein sehr enges Feld ist, was an Ideal gilt, so hat die Frau auszusehen. Nein, ist kein relativ enges Feld, stimmt überhaupt nicht, sondern muss einigermaßen vernünftig aussehen. Einfach nicht 30 Kilo zu viel haben, sondern maximal halt, keine Ahnung, 10 Kilo zu viel oder sowas, dass du noch ganz normal aussiehst, in Klamotten auch noch normal aussiehst, dich vernünftig bewegen kannst und so weiter und so fort. Ganz normal aussehen. Es gibt kein wahnsinnig enges Schönheitsideal, nein. Schwankungen nach rechts und links werden wenig toleriert in der Gesellschaft. Dass schlanke Menschen gelten als erfolgreicher, leistungsfähiger. Warum denn? Was aber eine Stigmatisierung ist. Diese Zahl auf der Waage, die sagt nicht viel und die würde auch keinen glücklich machen. Doch natürlich sagt die Zahl auf der Waage was, außer du hast jetzt extrem viele Muskeln, dann sagt es wieder nichts. Das ist auch das Komponente von Aussehen, aber für mich ist es auch super wichtig, im Gesunden zu sein. Wenn du weißt, ich mache das Beste, um gesund zu sein, nicht als Ziel irgendwie dünn zu sein. Das ist auch nicht die 20 Kilo weniger, sondern wirklich. Wenn du halt das machst, was klassisch gesund ist, Bewegung, Sport, gesunde Ernährung, vernünftiger Kalorienhaushalt, dann siehst du halt automatisch so aus, außer du hast eine schwere Krankheit wieder, wie das aktuelle Schönheitsideal ist. Und deshalb ist das aktuelle Schönheitsideal auch in Ordnung. Wenn das natürlich das Sixpack bei den Frauen sein muss und der ganz niedrige Körperfettanteil, dann ist es natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Und Instagram und Co. tun ja ihr Bestes, um die Leute auch völlig Malle in der Birne zu machen. Aber nein, wenn du dich vernünftig ernährst, dann siehst du ungefähr so aus, wie das aktuelle Schönheitsideal ist. Ich bin jetzt die optimalste Version von mich selber. Und was ist, wenn es im Leben gar nicht darum geht, die beste, optimalste Version zu sein von sich selbst, sondern einfach zu sein? Einfach zu sein, das sind ja zwei verschiedene Sachen, die du parallel machen kannst. Einfach zu sein, das kann man beim Meditieren zum Beispiel machen, die Freude des Seins zu spüren, wie man im spirituellen Bereich so schön sagt. Trotzdem ist es ja nicht sinnvoll, danach dann an den Kühlschrank zu gehen und sich 3000 Kalorien reinzupfeifen, die man dann danach wieder mit einer Diät abnehmen muss. Sondern du kannst an deinem Sein arbeiten oder das wahrnehmen und akzeptieren und trotzdem das Beste aus deinem Leben machen. Wir haben nur ein Leben hier, außer die, die schwer gläubig sind, dafür geht es dann immer weiter. Aber die, die auf dem Boden der Realität ein bisschen mehr unterwegs sind, sage ich jetzt einfach mal, die wissen, dass wir hier höchstwahrscheinlich nur ein Leben haben, also mach das Beste draus. Und wenn du zu viel wiegst, wenn du zu dick bist, dann kannst du schlecht das Beste aus deinem Leben machen, weil du dich nicht vernünftig bewegen kannst. Ich erzähle immer die Story, wie ich dann mal hier auf die 93 Kilo hochgegangen bin. Und das waren jetzt nicht nur die pure Muskeln, sondern auch am Bauch habe ich es gemerkt. Und da habe ich es schon gemerkt, beim Schuhe zu binden. Ganz abgesehen vom Fresskopf, der da natürlich kommt, weil ich auch, was sie auch hat, hier ordentlich am Gesicht natürlich zunehme. Und war ich da jetzt stunning und brave und wunderschön und ganz ich selbst und in meinem Sein? Nein, ich war einfach zu fett. Ich war einfach zu fett, es war unangenehm, es sieht trottelig aus mit der Plauze und es ist einfach zu fett. Ich konnte mich schlechter bewegen und hatte nur Nachteile, keinen einzigen Vorteil. Außer vielleicht, wenn ich ein Jackett anhatte und das ein bisschen besser ausgefüllt habe und dann aber unten zugemacht, damit man die Wampe nicht sieht. Ja, ganz normale Realität anstatt dieser zu verweichlichte Käse, der die Leute eben nicht erfolgreich macht oder glücklich macht oder schlank macht, sondern du wirst dann halt, wenn es alles nur meine Gefühle zählen und was weiß ich was und nee, brauchst du überhaupt keine Realität mit reinnehmen, dann wirst du halt nicht erfolgreich und du wirst auch nicht so aussehen, wie du aussehen willst, weil Erfolg und vernünftiges Aussehen ein bisschen können, ein bisschen Wissen und ein bisschen Disziplin erfordert. Und das ist ja grundsätzlich was Positives, wenn man das jetzt sinnvoll und konstruktiv angeht. Was ich sicher nicht möchte, sind Extremen. Also ich möchte nicht, dass jeder sich so krass optimieren möchte, dass er magersüchtig wird oder gesundheitliche Schäden bekommt, aber auch nicht übergewichtig mit gesundheitlichen Schäden. Für mich persönlich zum Beispiel ist die Selbstakzeptanz, also die Körperakzeptanz, steht dem Ganzen so ein Stück weit gegenüber mit der Selbstoptimierung. Nein, das ist nur für die modernen Gefühlsduseligen. So, ja, akzeptiere, dass du halt Übergewicht hast und dann arbeite einfach dran. Einfach sagen, das ist im Schnitt ungesund. Da werde ich vielleicht früher sterben und kann mich nicht so gut bewegen, habe nicht die gleiche Lebensqualität, deshalb muss ich daran arbeiten. Ich akzeptiere, wer ich bin, habe mich auch lieb. Muss ich das jetzt wunderschön finden, wenn ich da so ein heftiges Übergewicht habe, 30 Kilo oder mehr zu viel? Nein, das muss man jetzt auch nicht wunderschön finden. Das kann auch durchaus ein Antrieb sein, sich mal ein bisschen mit dem Kram zu beschäftigen und besser zu ernähren und mehr Bewegung, damit du ein Kaloriendefizit hinbekommen kannst und einen gesunden Lifestyle. Man kann ganz easy akzeptieren, was ist und wie man im Moment ist und dann sagen, so, let's go, jetzt wird das mal geändert. Es ist auch jetzt nicht wunderschön, wenn du zu viel Alkohol trinkst, sich da selbst zu akzeptieren oder wenn du halt im Job überhaupt nichts auf die Kette kriegst, ist jetzt auch nicht wunderschön und da ist auch nicht die 1000% Selbstakzeptanz gefordert, sondern einfach akzeptieren, was im Moment ist, realistisch auch wahrnehmen, dass es so ist und dann sagen, das wird jetzt mal geändert und natürlich ist da Arbeit und Disziplin für nötig, aber ist doch auch was Geiles, muss man sowieso lernen, also ist doch was Positives. Natürlich, wir bewegen uns alle irgendwo dazwischen und die Frage ist, wie weit geht man da in die Optimierung rein? Wenn du in dem Bereich arbeitest, kennst du ja wahrscheinlich noch den Brasilian Butt Lift, dieses sehr extrem gefährliche mit den Fettunterspritzungen, Lungenembolie. Das ist eine ungesunde Operation, die zu sehr vielen Todesfällen führt, ja, einfach weglassen. Einfach vernünftig trainieren, sieht sowieso viel besser aus als Brazilian Butt Lift, dieser Quatsch. Drang nach Schönheit, für Todesfälle gesorgt. Ja, mach einfach Squats, Deadlifts und so weiter und trainier den Hintern, dann wird der auch muskulöser und runder. Jeder darf die beste Version von sich selber sein, jeder darf sich selber optimieren, allerdings im gesunden Rahmen. Ja, gut gesagt, das sehe ich genauso. Wer diese Selbstoptimierung mit seiner Persönlichkeitsentwicklung, Dating, Leben, Selbstbewusstsein und so weiter machen will, der kommt gerne zum Coaching. Die Links zum kostenlosen Erstgespräch sind wie immer unten in der Beschreibung.